Nein. Alleinsein ist etwas, das manchmal bewusst gewählt ist. Es gibt Leute, die es schätzen, wenn sie allein sind, die wirklich bewusst gerne mal etwas allein machen lassen, gerne mal ins Kino gehen lassen oder gerne mal allein in einen Kaffee gehen und dort in Ruhe einen Kaffee trinken und einfach gerne für sich sind. Und das geht dann ja nicht mit einem negativen Gefühl einher, weil es ist ja bewusst gewählt und etwas, das sogar als schön erlebt wird, während die Einsamkeit eigentlich eine Belastung ist. Das Gefühl von Einsamkeit.